Ein chinesischer Spruch lautet, wenn du nicht lächeln kannst, mach kein Geschäft auf. Wenn Sie lächeln möchten und sich im Handwerk selbstständig machen, dann ist die Handwerkskammer Südwestfalen Ihr richtiger Partner. Und wenn Sie sich in der Region Siegen-Wittgenstein oder Olpe selbstständig machen, dann ist unser Büro im Starter Center im Zentrum von Olpe die erste Anlaufstelle. Wir helfen mit Informationen, mit Seminaren und mit persönlicher, individueller Beratung. Und wir begleiten Sie auf dem Weg in die selbstständige Existenz in allen Fragen. Der Weg ist das Ziel. Gehen Sie diesen Weg mit uns, dem Gründungsberater der Handwerkskammer Südwestfalen. Mein Name ist Uwe Hackler.